hallo und willkommen zu einer weiteren folge von meintracco weit geht's staffel 3 so aus wir brauchen viel mehr blicks habe ich noch sonst berufen nehmen müssen wir jetzt hier bisschen durch brennen wir haben hier acht öfen ich verbau erst mal schnell die hier so dann kommen wir die eisenbahn schon mal setzen da noch nicht okay genau mehr jetzt hier ein bisschen platz ich nehme das aber nicht mehr als lange kiste das rein wo emeralds haben wir noch auch jetzt noch 27 aha okay hören sie ist also drei kohle in jedem so da brennen wir die nämlich so durch haben drei kohle schön schön irgendwann muss man mal die xp aus den öfen holen entweder bauen wir ab oder machen mal ein hebel dran an die hopper dass die nichts abgeben das heißt wir können ja mal die xp dann raus snacken so das kommt jetzt auch langsam wieder doch mit den bahn das sieht gut aus was anderes hier machen wir noch eine mauer drumherum vielleicht machen wir hier auch noch eine treppe nach oben dass man hier einfach bloß so den eingangsbereich haben mit ein paar öfen so leichte küche und oben verzauberungsraum mit schlafraum und das war es dann oben dann noch ein dach drauf und dann machen wir machen oder ersten in der ersten etage so schlafraum und ein paar rüstungsständer wo man die ganze rüstung machen tun die wir uns holen also die normale rüstung hier die leder eisen kettner rüstung gold rüstung diamant netherite vielleicht später weil es noch sterben würden hier muss auf jeden fall mal ein bisschen ausleuchten aber da würde ich vielleicht sogar sagen wir machen da mit der mauer dann um und das ist erst mal ein bisschen schlafen sonst heißt wieder creep alarm oder zombies oder skelette in der zwischenzeit wachsen wir unsere melonen pflanzen langsam vor sich hin so machen wir jetzt mal ein bisschen hier erdarbeiten ja ich könnte jetzt sagen gut ich lasse jetzt hier einen luftblock dazwischen aber das ist nicht zum zweck der sache so das lassen wir auf jeden fall so hier hier kann dann das grünzeug nach wachsen bekannt auch als wiese langsam ist es ja so weit dass man nicht mehr mähen müssen groß noch ein zweimal maximal schön was für steile machen hierhin also hier die stone bricks wird es sich eher anbieten oder halt dann am ende noch die crack stone bricks und wird bestimmt dann die erde ausgehen ich kenne mich doch hier groß schnäuze ich rein sage ja die erde die lang für unser ganzes projekt nö langt sie nicht ist aber immer so wenn man sagt es langt dann langt sie sich ja nochmal leicht erkältet glücklicherweise ist nur so ein leichter reizusten der vorletzte stake gut oder auch nicht können wir nur hoffen dass mal was in der kiste ist oder nicht so viel brauchen auch wieder nicht mehr doch ein bisschen haben wir noch ein kleines bisschen haben wir noch wir werden erstmal hier die fackeln abbauen das war erst mal nur so dass nichts drauf sparen kann aber jetzt machen wir es ja eher und hoffen dass es lang ist aber ich kenne mein glück da lang die 36 auch nicht und nein wir lassen hier keine luftlöcher dazwischen da könnten nämlich spinnen sparen ja man könnte es auch ausleuchten möchte ich aber nicht ganz einfach die diese wir bauen was dann brauchen wir ordentlich und nicht hier nur halbherzig aber sieht gut aus dass es reicht schön Eisen kommt auch ordentlich nach so wo machen wir die erde hin eigentlich müsste man das sagen dann machen wir die hier hin ich hatte mir eine mob drops kiste da aber wenigstens einen pfeil für unseren bogen da der infinity genau die haben wir natürlich wieder nicht die rahmen gut jetzt müsste aber unsere briggs durch sein vielleicht können wir noch mal schauen wie viel kriegt man 44 wenn man sich nicht verbaut wenn man wieder ein stück vorankommen ich mache jetzt erst mal notiert hier schön die man vergleich zu könnten auch sagen dass wir hier noch eine tür nach draußen machen und oder da hinten nur ich denke mal so werden muss auch machen ich denke mal so werden muss auch machen da muss ich ein bisschen aufpassen war extra für die millionen drauf gemacht noch nicht für uns bruce lock das schönen wondering trader steht hier wieder da und will mir irgendwelchen scrap verkaufen so haben wir gesehen wir haben eine runde selbst links also haben wir da schon mal ein bisschen ruhe so das können wir so machen hier kommt das auch unsere eisenbarren schön ja sehen wir aber wird bei weitem langen war mir eigentlich schon klar klar wie kloßbrühe sagt mir so schön also müssen wir losziehen und clay holen wenn ich die zweite teile dann auch nur so machen ich denke wir werden auch eher so richtung spitzdach dann gehen schade dass man hier in vanilla minecraft die klee blöcke nicht wieder zurück kraften kann also um kraften also kann sie an klee blöcke kraften aber nicht mehr so zu händisch zurück kraften das ist das was mir auch ein bisschen so fehlt zumindest ein kleines bisschen so jetzt gucken wir erstmal ganz kurz was ich gucke dass ich 86 clay bekomme dass wir die dann hier reinlegen können so haben wir schon ein bisschen vorbereitet so stöcke lassen wir hier türen haben wir mit zum für den fall dass wir uns mal was unterirdisch zu atmen bauen müssen das gute das kann man hier lassen bruce saplings nehme ich mal mit müssen aber auch gleich wieder warten weil es gleich wieder die sonne unter tun wir mal die gegend hier abschübbern und der melone ist schon gewachsen die erste melone ja ich hatte eigentlich mehr bohne mir so da komm lass schlafen schön so sammeln und setzling auf pflanzen gleich wieder mal ein paar bäume nach so und snacken uns das gute jemand über das bett mit wir wissen ja nicht was noch kommt außer dass ich noch zwei bäume pflanzen muss muss vor allen dingen ja entschuldigung ich bin noch leicht erkältet ging jetzt leider nicht anders so jetzt wir gehen jetzt weiter clay so da haben wir doch schon die erste clay quelle sammeln das jetzt extra hier so weiß es wird das hier alles wegrasieren und das wäre jetzt nicht so gut gewesen so was wir brauchen mindestens die hier voll dass man wenigstens ein bisschen was machen können da oben ich bin wieder ein bisschen rum ein bisschen clay versteckt allerdings keine luft quelle hinzusetzen weil dafür sind wir zu niedrig ich würde mich schicken ja dafür sind sie zu niedrig und hier kommt man nicht rum ja wir hätten auch gucken können ob man hier lush cave finden aber da ist halt das immer so mit dem wasserquellen da drinnen noch können wir zwar nutzen zum guten und schnellen farm aber halt immer das wasser und dann hier das nervt dann immer mit der zeit so dann ist halt mehr steilküste dann bringt uns nicht so viel da muss ich schon klein so jagd nach kleben die lehmige jagd so schön da ist unser boot das gute boot tut das not das gute boot ja auch noch eine große quelle so luft glasen im auge behalten ob ich denke mal die ich meine dadurch dass man hardcore spielen nix riskieren ich glaube jetzt haben sogar schon fast das gewollte leben den gewollten leben vorrat schön da haben wir auch noch eine quelle hier setzt sich aber meine tür hin und wie wir sehen wir haben unsere gewollte leben und da kommen wir jetzt schon wieder zurück schon schön aber nichtsdestotrotz sagen an der stelle kommentieren abonnieren gleich macht gut und tschüss so so